Unsere Welt wird immer komplexer. Die Herausforderungen nehmen täglich zu. Wie reagieren Sie als Unternehmen darauf? Wir wissen, vor welchen Herausforderungen Sie stehen. Unsere Experten unterstützen Sie dabei, die Transformation Ihres Unternehmens voranzutreiben. Durch individuelle Finanzierungslösungen machen wir Ihre Ziele real und erweitern Ihren Spielraum für das, was vor Ihnen liegt. Nutzen Sie Leasing und Mietkauf, denn wenn Sie als Unternehmen vor grossen Entscheidungen stehen, beraten wir Sie schon im Vorfeld Ihrer Investition und suchen gemeinsam mit Ihnen als Partner an Ihrer Seite eine maßgeschneiderte Lösung. Wir lieben Vielfalt, sei es vom klassischen Maschinenpark über Lokomotiven, Medizintechnik bis hin zu Kunstgegenständen. Ist Ihnen ein Objekt wichtig? Ist es das auch für uns? Die Zusammenarbeit ist wirklich gut gelaufen, schnell, pragmatisch und das hat uns auch sehr gefallen. Also ich bin Jérôme Berlin, Geschäftsführer der CapTrain-Deutschland-Gruppe und der IT-Leasing-Bahn. Wir sind im Gespräch mit der Commerzial vor fast zehn Jahren gegangen, wenn wir von der Herausforderung standen, unseren Fuhrpark zu entwickeln. Das hat uns ermöglicht, Lokomotiven ohne zu viel Liquidität zu beschaffen und dann auch mit einer interessanten Kaufoption am Ende des Vertrags, die man nutzen kann, aber nicht muss. Was mich sehr positiv an der Zusammenarbeit mit der Commerz Real überrascht hat, war, dass sich da leibhaftige Ansprechpartner gehabt hat, mit denen ich reden konnte und dass dann die konkrete Abwicklung auch sehr unbürokratisch und sehr einfach für uns vonstattengegangen ist. Mein Name ist Jürgen Brandt, ich bin der geschäftsführende Inhaber der Confessorie Kunde in Wiesbaden. Die Zusammenarbeit mit der Commerz Real begann in dem Augenblick, als wir überlegt haben, eine Investition in unserer Produktion durchzuführen. Es ging dabei um eine Überzieheranlage mit zwei Schokolierköpfen. Von daher war die Überlegung, das zu finanzieren, relativ schnell da. Also uns hat insbesondere dieses Know-how überzeugt, was die Commerz Real einfach mitbringt. Mein Name ist Felix von Baldo, ich bin CFO der R-Alliance Unternehmensgruppe. Wir bringen unter der Marke Unicare Patienten aus dem Ausland nach Hause. Das machen wir mit eigenen Flugzeugen, mit eigenen Piloten, mit eigenen Ärzteteams. Wir haben uns für Mietkauf entschieden. Das ist eigentlich das ideale Instrument gewesen letzten Endes für die Finanzierung von gebrauchten Maschinen. Neben dem rein finanziellen Know-how braucht man ein gewisses technisches Know-how, man braucht auch Kenntnisse vom Flugzeugmarkt, denn am Ende aller Tage geht es auch um die Bewertung der gebrauchten Flugzeuge. Dafür gibt es einen Markt. Es ist natürlich schon wichtig, dass das Institut, was einen da bei der Finanzierung unterstützt, letztendlich das gleiche Bewertungsvorstellung hat wie wir selbst. Wir unterstützen Sie beim Erfolg Ihres Unternehmens, was auch immer Ihre Ziele sind. Erleben Sie, welche Möglichkeiten Leasing und Mietkauf für das Wachstum Ihres Unternehmens bieten kann. Machen auch Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft. Wir unterstützen Sie mit der passenden Finanzierung. Kommerz Real Mobilien Leasing. Wir machen Zukunft real.